Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Lexus für Duel des Linken. Wir machen jetzt ein Duell mit Lexus. Irgendwie will ich jetzt gerade sehen, was da passiert. Oh je, ich bin in der Fusionsdimension. Wieso die alle so heißen, Alter? Wenn sie mich ein bisschen checken, sieh mich zur Duell-Akademie. Oh nein, es gibt keine, komm. Halt, stopp! Lol. Ernsthaft, das war's? Okay. Aber cool, dass die Lexus dafür geholt haben. Finde ich ganz cool. Vor allem, ich glaube, wir haben jetzt echt ein Cyber-Enge-Deck, oder? Ich hoffe es mal, ey, das wäre so geil. Hätte ich ja mal ein Deck, was ich auch ausnahmsweise kann. Geil, ja, die hat das echt. Oh, wie toll. Wie toll. Oh, der Stufe 600 niedriger. Was ist das denn für eine dumme Begrenzung, ey? Okay, ähm. Würde ich sagen, fangen wir mal hier mit an. Spielen die? Zum Beispiel nur gerade gucken, hat die nicht sogar einen Effekt, wenn die irgendwie... Ja, dann holen wir die auf jeden Fall, und ich würde sagen, die. Cool. Ich finde Ritualkarten so nice. Ich finde auch diese blaue Farbe so schön, irgendwie. Ich mag die echt gern. Auch wenn ich früher gar nicht gerafft habe, wie die Ritualkarten funktionieren, ey. Da war ich voll überfordert mit. So, dann holen wir uns die Maschinenengel-Ritual wieder auf die Hand. Wie der auch nichts anderes gespielt hat, wie dumm. Jetzt kann ich den ja übelst zerstören, ey. Kannst du wieder auf eine Manzertin gehen? Äh. Boah, so gut. Richtig, die strongen Karten. Aber lustig, dass die die hier noch im Deck hat. Und die macht jetzt nochmal 500 mehr Schaden zusätzlich. Zu ihren 1200 normalen Schaden. Und dann war es das auch mal mit dem Zug. Ich würde diese Ritualwaffe echt gern benutzen. Was ist das überhaupt? Das ist irgendwie so ein Bogen, der aber an der Hand befestigt ist. Kann man dann so machen, so. Flitsch, flitsch, flitsch. Und dann fliegt da so ein Pfeil raus, oder was? Richtig lustig. Toll. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit so richtig rumkrüppeln. Was hat der denn eigentlich für ein dummes Scheiß, der Gegner, bitte? Der Metal-Foe-Stack, oder was? Wie spricht man die eigentlich auf Deutsch aus? Metall-Foe-Stack, oder was? Hat der echt, Leute? Ich habe halt gedacht, so, was ist das für ein dummes Deck, weil der halt hier die Scheiß hat. Was passiert eigentlich, wenn du Herzensunterlegenen... Ah, okay. Das wollte ich gerade fragen. Was passiert, wenn man Herzensunterlegenen hat? Und dann so eine Normal-Panel-Karte zieht. Oh, oh. Oh, oh. Hm. Interessant. Oh, oh, oh. Das ist aber nicht gut. Haut der jetzt einfach drauf. Wahrscheinlich, oder? Oh Gott, nee. Hätte ich doch die Maschinenengel-Rituale auf dem Friedhof gelassen. Hm. Und das war das. Schön, die. Ähm. Boah, als ob die die im Deck-Karte ist. Ist die dumm? Wieso? Nur, weil die Stufe 5 ist. Okay. Gut, dass ich die Ritual-Waffe-Karte habe. Jetzt kriegt die einfach so einen Boost mit so einer komischen Armbrust. Und ich kriege erstmal ein paar Lebensbitte. Ach, von mir selbst. Okay. Sogar vom gegnerischen Monster. Von mir aus. Gern. Finde ich das schade? Mein Gott, dass der Pell so schnell vorbei geht. Weil ich das Deck echt gern mag. Das ist, glaube ich, so das erste Deck. Außer jetzt bei GX mit den ganzen Heldenkarten, wo ich so sage, so, oh geil, ich freue mich voll da drauf. Zumindest bei den neueren Dings, weil ich da halt echt nichts kenne. Och Mann, als ob... Ich hätte nicht sagen sollen, ich freue mich drauf, dass das Duell so schnell vorbei geht. Was? Oh, geil. Stimmt, die kann einen Angriff angolieren, gell? Stimmt. Oh, cool. Solange der jetzt nicht weiter mit anderen Monstern ankommt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ist mir gerade aufgefallen. Also wenn der jetzt einen Paummonster mit 2500 bekommt... Ich will gerade den Text da lesen. Dieser golden glänzende Buggy macht mit Schurken kurz im Prozess. Was für wunderbare Räder. Mit einem stümperhaften Tölpel. Okay. Das finde ich wiederum cool, dass diese ganzen... Normalpendelkarten ja Effekte haben, aber trotzdem halt so normalen Texte. Ich finde das sowieso cool, diese normalen Texte so. Da fand ich bei Pokémon-Karten und so auch immer geil. Ist das nicht auch bei Magic so, dass jede Karte so einen kleinen Text hat oder so? Bei Duel Masters war das zum Beispiel auch so. Da hatten viele Karten so einen Text. Oh, das hier ist cool. Da kann ich mir erstmal... Äh, wen holen wir denn, wen holen wir denn? Ach, die hatten nur die beiden Cyber-Engel-Karten am Deck. Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist ja voll dumm. Naja, okay. Dann können wir unsere eigene Einschrift nochmal... Kann ich jetzt sogar hier die beschwören? Oh, stimmt. Ähm... Von der Hand, Spielfeldseite oder Friedhof. Das heißt, ich kann die holen. Also ich kann ja für die benutzen, ne? Ja, dann machen wir doch doch. Dann hätte ich zwar die Angriffspunkte von der kopieren sollen, aber egal. Hä, nein? Oh, nee, oder? Oh, Mann, als ob... Ernsthaft, muss ich jetzt die holen? Oh, warum? Oder warte mal, kann ich? Warte mal. Ah, doch. Ich wollte gerade sagen, ich will nicht die holen. Die kommt dann wieder in Deck, gell? Dann will ich aber einfach nur die benutzen. Aber ich habe keinen Bock, dass diese Müllkarten zurück in mein Deck kommen. Na, da war mal komische Anzeige, so. Da hätte ich jetzt fast verkackt. Okay, und dann greifen wir an. Oh, schade. Das ging viel zu schnell. Unglaublich. Du bist ja voll heftig. Aber Deck ist voll geil. Bisschen traurig. Oh, Esther Phoenix, das ist aber auch cool. Wer zuletzt lacht? Wer ist er? Jujas Vater? Der hat einen Vater? Alter, ist ja mal ultra selten für einen Anime-Hauptcharakter. Crazy, ey. Übelste Plot-Twist. Boah, ich freue mich voll, gegen den zu spielen. Auch wenn ich lieber Alstair gespielt hätte, aber mein Gott. Ich lasse den mal anfangen. Bin ich jetzt aber schon ein bisschen gespannt, was der so machen wird. Danke. Heißt das, ob er das aussieht, als würde ich den Basketball in den Korb reinballern? Weil er dankt. Das wäre irgendwie lustig. Wieso ist denn der zu P? Boah, what the fuck? Nee, nee, nee. Ähm, Künstlerkumpel, Magier. Scheiße, die funktionieren jetzt zusammen. Das ist ja mal ultra kacke. Äh, hm. Hm, 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 hm. Mein Handy hat gefurzt. Oh, der Tertl hat mir eine Nachricht geschickt. Muss ich mir gleich anhören. Wenn diese Karte jetzt nochmal beschworen wird, du kannst deine Hand ein. Und dann kommen wir Monster. Oh. Magier Pendel Monster. Geil, okay. Nice, die ist ja voll gut. Du hast voll die Searcher-Karte und die ist richtig süß. Dann holen wir uns jetzt die. Und gönnen uns natürlich den Effekt und holen uns diesen anderen komischen Magier da. Äh, von mir aus. Verteidigung, so. Und dann holen wir uns jetzt, wie gesagt, diesen anderen komischen Magier da. Den hier. Yes. Und dann haben wir die doch beide auf der Hand. Das ist doch wieder gut gelaufen. Wieso kann ich die nicht spielen? Ist das der Effekt, oder was? Hä? Oh oh. Darf ich keine Monster kontrollieren, um die zu aktivieren, oder wie? Du darfst keine Monster kontrollieren, um diese Karte zu aktivieren. Ja, steht genauso da. Echt nicht? Äh. Was haben wir denn hier? Ah, geil. Das ist das Y-Z-Easy. Finsterer Rebellions. X-Z-Drache. X-Y-Z-Drache. 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 Mit seinen süßen Geräuschen. X-Y-Z-Drache. einfach alle deine Angstpunkte. Boah, geil. Bisschen traust, dass ich den da jetzt niemals spielen werden kann. Ich hole mir die jetzt einfach. Einfach nur aus dem Grund, dass ich... Ach, ich kann jetzt trotzdem noch eine Pendelbeschwörung hier mit dem machen. Stimmt. Sollen wir? Ne, ich kann sogar beide holen. Ne, nur eine. Stimmt, man geht ja nur dazwischen. Was habe ich da gemacht? Ich wollte die eigentlich gant. Ich wollte doch wissen, ob ich die in der nächsten Runde... Egal. War extra, aber jetzt kann ich mich angreifen. Sonst die gönnen. Ja, komm. Ich werde sonst eh ne benutzen wahrscheinlich. Okay, dann haut mal drauf. Minium. Boah, geil. Der hat war brutal. Kommt auf, wenn man alle Karten von sich mit... auf ein Monster drauf knallt. Da hat man dann auf aber nur noch halb so viele Lebenspunkte. Ja, möchte ich. Und dann holen wir uns jetzt irgendeine andere coole Pendelkarte, die ich auch benutzen kann. Obwohl ich eigentlich glaube, dass die hier wahrscheinlich geht. Nur ich war irgendwie zu dumm. Toll, der hat sonst gar keine Huhn. Wir holen uns die jetzt einfach nochmal. Vielleicht war ich einfach nur blöd und das nicht funktioniert oder so. Oder man darf wirklich keine Monster gefällt haben. So wie das steht. Du darfst keine Monster kontrollieren, um diese Karte zu aktivieren. Wahrscheinlich ja. Egal. Notfalls, falls irgendwas Schlimmes passiert, dann habe ich die auf der Hand. Dann kann ich die einfach benutzen. Außerdem haben wir gerade eine Infusion bekommen. Wofür, weiß ich leider auch nicht genau. Ah, für Hedi. Boah, der komische Karte im Deck. Verwirrend. Was ist das denn? Hoher Nirvana-Paladin. Ich glaube, ich habe bis jetzt immer so eine Themen bekommen. großartig viele von diesen Xyz-Pendel-Pendel-Pendel. War doch immer Pendel-Dinger dazwischen. Bin ich irgendwie immer ein bisschen zu doof hier. Ich setze die jetzt einfach. Nee, eigentlich war das doof. Natürlich hätte der vier Monger, Alter. Toll. Der hätte jetzt noch 50 Lebenspunkte gehabt, wenn ich mich getraut hätte. Aber nein. Getraut habe ich mich natürlich nicht. Nicht er schon wieder. Der hat für die dummen Schicksals-Held-Karten im Deck. Die sind alle scheiße, die der im Deck hat. Die können alle gar nichts. Von der hat dieses Fusionsmonster nur dreimal im Deck. Also, nur dieses... Welches hat der überhaupt im Deck? Diese Dystopia? Oder dieses komische neue Fusionsmonster? Ich habe keine Ahnung. Süß. Ähm... Ich beschwöre den als der ankeres Positionsmonster so. Ja... Soll ich kommen? Ich probiere ihn mal. Ha. Ha. Jo. Geil. Easy. Och, schade, ey. Warum sind die GX-Duell-Editionen so schnell vorbeigegangen? Habe ich gerade Deutsch geredet? Als ob ich zweimal dieselbe Karte bekommen habe. Edle Waffe Galatin. Ich erinnere mich an Galanmon. Toll. Zwei coole GX-Duelle in einem Part in 15 Minuten vorbei. Ja, da war Zollenland. Das ist ja mal richtig doof. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part. Nochmal ein riesengroß Dankeschön an alle meine Kanalmitglieder. Der Mega-Level, Wirbel und die zwei Ultra-Level, Relaxo und Phantom Prime. Und ja, ich will da immer Phantom-Hive sagen, weil ich zu viel an Black Butler denke. Und dann natürlich an alle anderen Mitglieder, die hier noch stehen. Und wenn ihr auch stehen wollt, einfach auf Mitglied werden klicken. Und dann bekommt ihr coole, spezielle Vorteile auf meinem Kanal. Bis dann. Danke fürs Zusehen und Tschüss.